Der Kopf Klarer, harmonischer Freude und Hoffnung. Als ich damals Nastasja Filipovna das erste Mal sah, wie sie da aus ihrer Ekipage stieg, da traf sie mich wie ein Blitz. Wenn Sie so viel von Gesichtern verstehen, müssen Sie auch verliebt gewesen sein. Oh nein, ich war nicht verliebt. Ich war auf andere Weise glücklich. Ich habe ein paar Worte geschrieben. Wären Sie bereit, Sie Aglaya Ivanovna zu überbringen, so dass niemand es sieht. Verstehen Sie? Soll ich heiraten oder nicht? Was Sie sagen, das werde ich tun. Sie haben gelitten. Und Sie sind aus einem solchen Inferno rein hervorgegangen. Und das ist viel. 30 Kilogramm Warst du's? Ich? War's? Oh, das wird heiß. Morgen. Ich habe überlegt, meine Mutter hat Topfpflanzen, viele Blumen. Und die riechen sehr gut. Ich habe auch überlegt, welche rüber zu holen. Aber ich glaube, das sieht sehr traurig aus, wenn sie da so unter Blumen liegt. Ja. 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 Vielen Dank.